Ich vermisse es, jeden Morgen aufzuwachen. Und mich zu fragen, welch wunderbarer Abenteuer der neue Tag uns bringen wird. Diese Tage gehören der Vergangenheit an. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich glaube nicht an Magie. Aber ein paar Mal in meinem Leben habe ich Dinge gesehen. Unerklärliche Dinge. Mir wurde klar, dass es nicht so sehr drauf ankommt, woran man glaubt. Ich bin bereit, Vater. Sondern wie fest man daran glaubt. Indy! Wer ist dieser Mann? Ich bin Ihr Paten, Onkel. Er ist ein entfernen Verwandter. Zurück mit euch! Werden wir siegen!